Hallo und herzlich willkommen wieder mal zu einem Video von mir. Heute will ich euch das Bucket Plugin GS vorstellen. Es ist ein ganz einfaches Plugin, das so verwendet wird, dass man sich hinsetzen kann. Also solche Sesseln, da geht man dann hin, drückt drauf und dann sitzt man drauf. Ganz einfach. Dann gibt es auch noch die Option, dass man sneaken kann. Also While Sneaking, das kann man einstellen. Dann die Distance, wie weit es man da vorne entfernt sein soll, die Sitzhöhe und die maximale Sesselbreite. Also man kann natürlich auch Bänke machen und so weiter. Funktioniert alles super. Ich habe das mit mir so gemacht, dass ich jetzt die Sines eingestellt habe, dass man die haben muss, wenn die dort sind. Und ja, es geht natürlich auch ohne, dann muss man sich draufstellen, sneaken und dann drücken, dann sitzt man auch drin. Das sieht dann alles so aus, warte mal. So sieht man es. Jetzt sitzt ich drauf. Es ist eigentlich ein ziemlich kleines, aber nützliches Feature. Ja, und danke fürs Zuschauen und viel Spaß mit eurem Plan. Vielen Dank.